Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich trade 60 Sekunden bis 2 Minuten und mein Starttrade beträgt hier 2000 Euro. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades nach meinen Einstiegskriterien. Als nächstes suche ich mir einen Trade im Metatrader 5. Euro, US-Dollar sieht gut aus. Hier steige ich ein. Und nochmal. Ich steige noch ein drittes Mal ein. Ich steige noch ein. Ich steige noch ein drittes Mal. Den ersten Trade habe ich leider verloren. Ich steige noch ein drittes Mal. Ich steige noch ein drittes Mal. Noch 10 Sekunden. Die letzten beiden Trades habe ich gewonnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios.